Den ersten Betrag, den wir für irgendwas nehmen, um irgendwas zu bezahlen, ist, uns selbst zu bezahlen. Ganz kurz, das wissen Sie jetzt schon nicht, was Sie verdienen, macht Sie reich, sondern das, was Sie behalten. Ganz genau, das, was Sie behalten. Und dann können Sie sich fragen, wie hoch ist eigentlich der Prozentsatz von dem, was Sie bis jetzt gespart haben. Sie müssen, das haben Sie mit Jürgen schon gemacht, ihr ausrechnen, wie viel haben Sie bis jetzt in Ihrem ganzen Leben verdient. Wer hat das gemacht? Wie viel haben Sie gespart, also wie viel haben Sie im Moment, was ist Ihr Gesamtguthaben minus Schulden, also das Guthaben, was Sie wirklich haben. Und dann rechnen Sie einfach aus, wie viel Prozent ist das? Verdienst im Verhältnis zum Guthaben, dann wissen Sie, wie viel Prozent Sie gespart haben. Wenn Sie also bis jetzt eine Million verdient haben in Ihrem Leben, hunderttausend besitzen, haben Sie zehn Prozent gespart. Bei manchen ist die Rechnung dann gar nicht so richtig gut. Dann kommen da hinten ganz kleine Zahlen raus bei der Prozentsatz, beim Prozentsatz. Was haben wir gespart? Und das dürfen wir uns nicht erlauben, weil es einfach nicht klug ist. Dann wären wir noch primitive Jäger und Sammler. Aber warum sparen die meisten so wenig? Eine kleine Demonstration dazu. Stellen wir uns mal vor, das Wasser hier in dieser Flasche, das ist unser Geld, unser Monatseinkommen. Für was müssen wir nicht alles Geld ausgeben? Sagen Sie mal, einkaufen, einkaufen ist immer gut. Also einkaufen, wofür noch? Miete oder Hypothek, was noch? Versicherung, was noch? Auto, was noch? Miete haben wir schon? Essen, ganz viel Essen, teures Essen, gutes Essen, bitte? Strom, Telefon, Kleidung, Luxus, die Kinder, der Partner, da eine Pizza, da noch ein Kaffee und plötzlich ist das Geld weg. Dabei hatten wir uns vorgenommen, was übrig bleibt, sparen wir. Und auf einmal stellen wir fest, da ist gar nichts übrig, aber der Monat ist noch nicht rum. Also was noch übrig ist, ist ein bisschen Monat, aber kein Geld. Und was ich damit sagen möchte ist, das Unkluge daran ist nicht, dass wir uns vorgenommen haben zu sparen. Das ist ja cool, das ist ja gut. Das Unkluge ist, dass wir gesagt haben, ich spare das, was am Ende übrig bleibt. Wie wäre es richtig? Am Anfang vom Monat sparen. Das Erste, was wegkommt hier aus der Flasche, das ist das, was wir sparen. Und für viele ist sparen nicht so ein gutes Wort. Das waren jetzt eben, als sich gemeldet haben, vielleicht 20 Prozent. Denn nennen Sie es sich selbst bezahlen. Sich selbst, ein ganz wichtiger psychologischer Kniff. Auch für die, die sagen, ja, ja, ich spare schon gerne. Nennen Sie es sich selbst bezahlen. Warum? Wir bezahlen den Bäcker, wenn wir Brot kaufen. Den Gemüsehändler, wenn wir Gemüse kaufen. Den Autohändler, wenn wir ein Auto kaufen. Aber wann bezahlen wir uns, wenn wir? Wann bezahlen wir uns selbst, wenn wir? Wir bezahlen uns selbst. Und wann bezahlen wir uns selbst? Wir bezahlen uns selbst zuerst. Ja, so egoistisch werden wir ab heute sein. Wir bezahlen uns selbst zuerst. Den ersten Betrag, den wir für irgendwas nehmen, um irgendwas zu bezahlen, ist, uns selbst zu bezahlen. Sie selbst. Wir bezahlen uns selbst zuerst.